hallo und herzlich willkommen zurück zu return to moria warum ist da unten kartenstein aufzug unten gehen wir jetzt wieder dahin ok habe ich dann pfeile mit 31 feile ich muss mir dringend glaube ich neue pfeile machen geht nicht anders repariert bin ich jetzt gucken wir hier in diesem gebiet da oben ist der drache will das von mir ok warte wo sich jetzt gegen den wachen kämpfen wenn man gleich sehen ob ich eine bessere waffe braucht war der immer schön aufladen die mir aus dem weg ich muss da hinten händen ich muss mich reparieren ich brauche dringend eine bessere waffe für die ja ich komme gleich wieder ja ja dort nicht weg laufen nicht erholen dieser drecksack nicht dein ernst er ist tot ich müsste mal trinken was essen gut reparieren der hat mir hier nochmal über löcher reingeballert aber immerhin ich habe den drachen überlebt also den kleinen nicht den großen dieser schattenflucht er geht mir auf die senkel verzweiflung kann das jetzt auch mal weggehen ok gut sehnsucht nach helden taten ja die habe ich oder auch nicht was ist hier noch einer ok wieso ist hier noch ein zweiter wieso treffe ich den nicht warte 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 ich komme gleich zurück dass sie aber immer schatten machen müssen ist doch nicht ist er mir gefolgt ja da ist er ja jetzt kaputt wie kaputt mann homeda ok zwei tagen zwei drachen kaputt geschlagen um schuppen gekriegt was nicht hier um holzstücke sehr sehr wichtig holzstücke sind immer wichtig münzen lasse ich so viele münzen braucht kein mensch reparieren dann schauen wir mal was es hier noch schönes gibt hätte gerne in waldläufer aber das ist die zwergen binge was ist hier noch mal hier rechts wird mir doch was angezeigt das ding die einöde zwergen binge das bedeutet ich kann hier auch diesen waldläufer was ist hier hinter wo ist denn der dicke drachen ist gar nicht mehr da die was hinter das mal austesten aber bis ich das kaputt hat das dauert ewig naja das kriegt schon erste risse dann schauen wir mal bei dem anderen tor an der brücke da konnte man durch und hier irgendwie nix ne da ist nix okay hier so lager vielleicht was wollte er zu einem berg nicht mit mir kann man da sehe ich doch eine fahne muss ich die kaputt schlagen das ist ein spawnpunkt ich sehe keine kiste also ist es bestimmt auch kein spawnpunkt hoffe ich soll jetzt einfach mal so aber hier runter laufen die ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht da muss ich wohl ich bin mal hier drin was ist das warte das ist doch ist das jetzt wieder eine andere oder ist das noch die von dem wo ich war leute ich würde mal gerne da gegenüber noch mal rein gucken wenn ihr nix dagegen habt ok da suche ich mir einen ab mit den statuen waren das grüne die waren gelb oder ich weiß es nicht mehr was gibt es denn hier neues rüstungsständer wie nehmen nehmen rüstungsständer nehmen ach den könnte ich mitnehmen da ist noch mal da so eine statu oder ja 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 da hinten dann mutter weg ja komm mach's weg glaube ich doch jetzt nicht warte kümmer wie das ist schon alles weg das natürlich jetzt so wollte ich das nicht mit dem schild kann ich hier sogar die um boxen also nicht um boxen aber ihr wisst was ich meine jetzt habe ich keine pfeile mehr nach doch 19 19 19 19 jetzt nix da oben sind noch mal welche ich will mich hier nicht verfranzen muss ich hier irgendwo hin das ding ne die einöde aber wo war die hier eher nicht mehr warte mal hier war ich hoch ja dann geht es hier runter oder was ja es geht hier tief runter aber muss ich denn da hin was ist doch noch die zwergen binge ja okay zwei statuen gekriegt da geht es wohl nicht lang das mache ich auch nie wieder gerade wohl irgendwo durch zu hüpfen da gibt keinen sinn warum gibt es eigentlich hier keinen vor posten mehr früher gab es hier immer naja es gab zwei zwei vor posten gab es irgendwo mit betten und drum dran und ich muss in die richtung dann nehmen wir mal in die richtung wie das spiel sagt ich gehen soll das spielbilder sich hier irgendwo hingehen war das hier drin hier war doch nix doch nicht denn da alles alles kaputt da war irgendwo was was ich übersehen habe muss wohl hier ist hier kein so ein stein hier ist so ein ding ist das ok nee 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 warte wo kam ich denn her ich kam von da oben nee da sind noch mal gegner oder sind da gegner jetzt bin ich überfragt geht es denn hier weiter hier weiter laufen müsste dann nach links aber hier geht es nirgends links oder jetzt hier weiter theoretisch ja aber wo ist es praktisch nein ich muss dieses lager finden man 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 das spiel sagt hier wir haben es nacht vielleicht nicht die beste idee jetzt hier rum zu kräuchen und fleuschen aber naja salz okie dokie dann geht es wohl hier weiter hier oben ist noch salz war ich da es ist so dunkel so wo ist jetzt hier der salz da hinten daneben das gold sehe ich das falsch als salz stein super nur salz und stein holzstücke langweilig stoffreste holzstücke alles langweilig da kann man jetzt hier weiter geht gucken wir uns das mal an geht einmal nach rechts und einmal geradeaus sicher dass ich hier habe ich denn hier schon alles durch das kann es doch nicht gewesen sein also mal ganz ehrlich da muss es doch noch mehr geben als das hier war ich dann hier oben schon ja ok ja wir haben zwei drachen geplättet das sollte dann erst mal reichen ging es jetzt hier raus wo ging es hier raus wo kam ich hierher das war es nicht wo war es denn ich glaube hier irgendwo hoch ne ja ich glaube da war das hier war doch irgendwo unser lager zu hause was weiß ich denn wir kamen über die brücke richtig ganz genau okay gut dann würde ich mich hier mal fürs zuschauen bedanken wir sehen uns dann morgen wieder bis dahin gehabt euch gut und tschüss 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 tschüss